M-Team. Unsere Feldkirch und Grauberger. Ja, die steigern jetzt immer wieder, die drei Mädels. Schon, wer gewinnt. So, auf der Strecke ist der Bernhard Sauer, der sich jetzt auch schon angefreundet hat mit dem Ganzen. Jetzt auch schon locker ist in die Gesichtsmuskeln. Mit der Festzeit wird's eng, aber, ups! Ihm zielt mit 44,50. Und schaut oben drin. Sehr gut aus und schneidig. Sehr gut, Kirsten, bravo! Das MSC-Ansteiger-Team. Die Nummer wird leider nicht gehört, aber im Fuß. Wow! Huchte es gesehen, noch zwei. Ja, sehr schön. Und 41,36. Das war nur ein Schaden, was ich gesehen habe. Sehr gut, Markus. Ja, gut. Gauen Sie, jetzt wird das nicht mehr wissen. Ganz gut drauf, ja. Schöne Kurden. Das hab ich. Oh, kurz noch mal. So bin ich geschnieden. Seitenspagat-Kurden ausprobiert. Ja, sehr schön. Oh, sehr wackelig, sehr wackelig. Ich bin gleich verkrampft. Schaut das aus im Gesicht. Ja, das ist, glaube ich, Samuel, oder? Ah, das ist der Samuel. So gesehen, das kann ich jetzt dann sagen. Aber sehr gut, er hat jede Gruppe durchgesuppert. Oh, er haut auf dich ab! Oh, er haut auf dich ab! Oh! 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 Oh!